Herzlich willkommen im Arcada Club, dem Ort, an dem wir euch Tipps und Tricks verraten. Und hier ist euer Moderator Peer Puppen. Hallo liebe Arcada Club Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video hier im Club. Diesmal geht es um iMovie am Mac und da gibt es ein paar Nachteile. Das ist wirklich ein bisschen schade, denn wenn man hier oben diese Titelgeschichten anwählt, dann kann man hier in iMovie tatsächlich einen Titel hinzufügen als Spur. Aber außer, dass man da den Text und den Zeichensatz vielleicht verändert, also hier können wir zum Beispiel hinschreiben Arcada Club, können wir leider nicht sehr viel mehr machen. Wir können auch die Farbe verändern und die Ausrichtung, aber ihr schafft es nicht, diesen Text da irgendwie nach oben oder nach unten zu bewegen. Wir müssen mit dem leben, was uns Apple da in diesen Vorlagen an die Hand gibt. Und naja gut, es sind nette Einblendungen hier, aber wer zum Beispiel da oben rechts den Text hinhaben möchte, der hat keine Chance, das Textfeld dahin zu verschieben. Das ist sehr schade. Das klappt nämlich eigentlich in Final Cut zum Beispiel recht gut und eigentlich ist iMovie eine gestripte Version von Final Cut, aber Apple hat die Funktion da leider nicht eingebaut, um Texte im Titel zu verschieben. Und jetzt zeige ich euch eine Möglichkeit, wie das dennoch geht und ihr gleichzeitig auch noch mehr Effekte machen könnt, denn wir benutzen dafür das kostenlose Programm von Apple, das bekommt ihr auch alle, Keynote. Und hier wählen wir mal ein neues Dokument an, ein leeres Dokument und auf dieser Folie können wir jetzt unseren Titel gestalten. Damit das aber gut klappt und wir so ein bisschen sehen, wo wollen wir denn was hin platzieren, wäre es schön, wenn wir das Bild auch bekommen, was wir hier in unserem Film gesehen haben. Und das können wir machen, indem wir hier an die Abspielposition gehen, zum Beispiel hier an den Anfang und an der Stelle, wo dieser Strich ist, klicken wir hier oben mal auf aktuelles Bild sichern und dann können wir dieses Bild einfach auf dem Schreibtisch zum Beispiel speichern. So und jetzt wechseln wir zurück im Keynote und hier holen wir uns das Bild jetzt einfach über Medien auswählen rein. Da können wir dann den Schreibtisch anwählen und hier ist dann das Bild, was wir einfach mit einem Doppelklick hier einfügen. Das setzen wir jetzt hier wunderschön auf den gesamten Bildschirm. So und jetzt wissen wir nämlich da ungefähr, wo das nachher erscheinen wird. Und jetzt können wir hier anfangen, einen Text hinzuzufügen. So und da schreiben wir mal rein, die abenteuerliche Reise. Klicken einmal außerhalb, können das Ganze jetzt hier über Format, Text, natürlich mit einem schönen Zeichensatz, den ihr vielleicht auf eurer Festplatte installiert habt oder der mitgeliefert ist von Apple, hier entsprechend einfügen und natürlich die Farben verändern. Alles das, was ihr gerne haben möchtet und vor allen Dingen den an die Position setzen, wo ihr diesen Titel auch haben wollt. Und ihr könnt ihn auch animieren. Wir können hier zum Beispiel einen Effekt hinzufügen und da könnt ihr zum Beispiel mal Vision nehmen. Dann wird er hier so wunderschön eingeblendet. Den nehmen wir auch direkt. So und das Ganze, das exportieren wir uns jetzt als kleinen Film. Und zwar mit transparenten Hintergrundgrafiken, sodass wir das nachher in iMovie einfügen können. Das heißt also, das Bild, was wir hier eigentlich eingefügt haben zur Orientierung, löschen wir wieder. Und nun sehen wir nur den weißen Hintergrund. Der ist auch noch nicht transparent. Das können wir aber machen, indem wir hier auf die Folie klicken und dann unter Format sagen, wir möchten keine Füllung haben. Ohne Füllung, dann wird das hier so schwarz dargestellt. Aber keine Angst, dieses Schwarz ist nachher die Transparenz, der sogenannte Alpha-Kanal. Und der erscheint nicht mehr in iMovie, wenn wir das Ganze jetzt exportieren. Dazu gehen wir hier auf Ablage, Exportieren und wir wollen das als Film exportieren und zwar selbst ablaufend. Und hier zur nächsten Folie stellen wir auf 0 Sekunden ein und zur nächsten Animation auch auf 0. Und hier ist jetzt wichtig, hier gehen wir auf eigene Auflösung und hier haben wir 1920x1080 Pixel angewählt. Das ist die HD-Auflösung. Ihr könnt sagen, ob ihr das mit 60 Bildern pro Sekunde haben wollt und die Komprimierungsart auch eingeben. Hier ist zum Beispiel HEVC, das ist ja Apples neues Komprimierformat, das Transparenzen enthalten kann. H264, der Vorgänger, kann das nicht. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr müsst also dieses neue Format benutzen oder eins dieser ProRes-Formate. Aber ich empfehle hier dieses zu nehmen, weil dann die Datei schön klein wird. Und jetzt sagen wir anschließend sichern und werden das Ganze auf dem Schreibtisch sichern als Titel. Und das war's. Wir gehen zurück in iMovie und hier importieren wir uns das Medium über diesen Schalter. Klicken hier auf den Schreibtisch, da ist der Titel. Den Film holen wir hier rein. Hier ist er als letztes mit reingekommen. Wenn wir mit der Maus drüber fahren, sehen wir auch schon die Animation. Und den Titel, den wir vorher gemacht haben, den löschen wir mal weg. Und schieben jetzt hier unseren selbstgemachten Titel einfach oben drauf. Und schaut mal, der wird jetzt hier wunderbar so eingeblendet, wie wir das haben wollten. Jetzt habt ihr gemerkt, der ist aber auch dann schnell zu Ende. Also wenn er da eingeblendet worden ist, dann geht er nicht weiter. So, um den Titel hier aber länger zu gestalten, müssen wir einen Trick anwenden. Das machen wir mal. Wir gehen mal zurück in Keynote, klicken hier die erste Folie an. Auf Animieren klicken wir und den Übergang, es findet kein Übergang statt, weil danach ja keine Folie mehr kommt. Aber trotzdem wählen wir den auf Automatisch an und geben hier mal sieben Sekunden ein. Dann bleibt nämlich die Animation sieben Sekunden lang zu sehen. Und jetzt exportieren wir das Ganze nochmal als Film. Ihr merkt, das geht ruckzuck. Ihr könnt das alles hier eingeschaltet lassen, außer hier oben. Da würde ich immer 0 einstellen. Und dann drücken wir auf sichern und klicken hier wieder auf Titel, exportieren und müssen das überschreiben. Dauert einen Moment. Und natürlich müssen wir jetzt in iMovie den Titel neu hinzufügen. Deswegen werden wir den hier erstmal löschen aus den Medien, damit er hier keinen Speicherplatz frisst. Er sagt, den benutzen wir gerade. Ja, das stimmt. Den müssen wir auch da erstmal rauslöschen. Und dann hier löschen. Machen wir jetzt. Und fügen den neu hinzu. Einfach Titel hier. Und dann schieben wir den mal hier rein. Und ihr seht, jetzt ist der auch wesentlich länger. Nämlich genau diese sieben Sekunden lang bleibt der hier zu sehen. Und den können wir dann, wenn das noch zu lang ist, hier entsprechend kürzen den Clip. Und dann den Titel kürzer einblenden. Ihr hättet auch noch eine Animationsphase benutzen können, die den Titel ausblendet. Eben alle Möglichkeiten, die Keynote uns zur Verfügung stellt. Und ich würde sagen, wir machen auch das noch schnell, weil viele das gar nicht wissen, wie das geht. Wir klicken hier nochmal drauf. Und ihr seht hier oben den Aufbau beim Animieren. Wir können aber auch einen Abbau machen. Hinzufügen. Und dann können wir ja mal Abtauchen nehmen, dass das hier so weg ist. Da nehmen wir den Effekt. Und ihr seht, der dauert ein bisschen. Aber der passiert dann. Und jetzt wollen wir das Ganze mal wieder exportieren. Wir klicken wieder auf Film. Ihr kennt das Prozedur schon. Wir lassen alles, wie es ist. Außer hier oben wieder Null eintragen. Das übernimmt Apple da leider nicht an der Stelle. Wir nehmen wieder Titel hier oben. Den gleichen Namen. Und sagen exportieren. Ersetzen. Dann müssen wir wieder zurück in iMovie. Keine Angst, wenn ihr einmal so eine Vorlage gemacht habt, geht das später recht schnell. Wir löschen die Sachen hier wieder raus. Wir importieren ganz schnell unseren neuen Titel wieder hier rein, den wir gerade gemacht haben. Schieben den hier rein. Und schauen wir mal, ob der hier irgendwann auch wieder rausgeht. Also da wird er eingeblendet und dann geht er doch relativ schnell plötzlich raus, obwohl der Rest der Animation ja länger dauert. Und das liegt daran, dass wir da auch noch eine Verzögerung einbauen müssen. Das machen wir mal. Und wir gehen wieder zurück. Und dieses Ausblenden hier, das kommt relativ schnell, nachdem es eingeblendet worden ist. Und deswegen müssen wir hier mal auf Ablauffolge klicken und an der Stelle eine Verzögerung einbauen. Und hier sagen wir, das Ganze soll nach Animation 1 kommen, aber erst nach 7 Sekunden. Das geben wir jetzt ein. Also der Aufbau kommt, dann eine Verzögerung von 7 Sekunden und dann kommt der Abtaucheffekt. Und damit haben wir das Timing für die Animation auf der Folie verändert. Also wir müssen ein bisschen unterscheiden. Wie lang soll die Folie zu sehen sein? Da haben wir ja hier unter Animieren gesagt, 7 Sekunden lang. Und wie lang soll die Schrift stehen lassen, bis der Abbaueffekt einsetzt? Und da haben wir eben auch hier bei der Abfolge gesagt, 7 Sekunden soll die Verzögerung sein. Genauso lang, wie der Film lang ist. Das könnten wir auch kürzer machen, wie wir das halt haben wollen. Da muss man aber vom Timing her so ein bisschen drauf achten. Übrigens, wir haben einen großen Keynote-Einsteigerkurs, auch einen tollen Kurs. Geniale Animationen zur Keynote auf der Homepage. Da könnt ihr mal reinschauen. Da zeige ich euch dann, wie tolle Effekte auch zu machen sind. So, das Ganze exportieren wir jetzt erstmal wieder. Und wie immer als Film. Dann müssen wir hier dran denken, dass wir hier die 0 reinschreiben und da die 0. Und wir wollen da eben keine Verzögerung. Das ist ein bisschen komisch, dass wir da eine 0 eingeben, obwohl wir ja eigentlich das Timing beibehalten wollen. Aber es ist so. Das ist so Eigenart, dass wir das so eingeben müssen. Sonst hat man davor noch so einen Vorspann. Ich habe schon alles gelöscht hier von eben. Das heißt, den Titel können wir wieder einfügen. Wir setzen den hier rein. Und schauen wir mal. Jetzt ist ja der Film sieben Sekunden lang. Und genau so lange müsste da oben der Titel zu sehen sein. So, wir gehen mal hier hin. Und jetzt seht ihr, hier blendet er ihn aus. Und dann ist der Film trotzdem nochmal sieben Sekunden lang. Das liegt eben daran, dass jetzt nochmal die Verzögerung mit reingekommen ist, die wir in der Folie ja definiert haben. Das heißt also, den Effekt könnten wir da eigentlich wegnehmen. Und ich mache es zur Vollständigkeit halber, damit ihr es einfach auch wirklich versteht, wie es funktioniert. Nochmal, wir gehen zurück in Keynote. Ihr habt gesehen, ich habe den Film da gelöscht. Und wir nehmen von der Folie diese Verzögerung weg. Wir sagen, durch Klicken soll es weitergehen. Wir haben aber immer noch hier in der Ablauffolge die Verzögerung von sieben Sekunden, bis diese Ausblendung kommt. Aber damit ist der Clip nachher wirklich sieben Sekunden lang und nicht 14. Ja, weil der wäre sieben lang, weil wir auf das Ende der Animation noch warten. Und dann nochmal sieben, weil die Folie noch wartet. Also da muss man ein bisschen mit dem Timing sich auskennen. Wir klicken hier wieder auf Film und hier wieder auf 0, da 0, sichern. Nennen das wieder Titel, exportieren das. Also wenn man einmal den Dreh raus hat, dauert einen Moment, bis man das wirklich vielleicht verstanden hat. Aber dann kann man sich hier unendlich viele schöne Titel mit eigenen Animationen, ja alles was Keynote kann, kann man ja dann machen. So und jetzt seht ihr, der Clip ist tatsächlich nur noch sieben Sekunden lang, nämlich genauso lang, wie hier die Animation dauert. Sieben Sekunden lang bleibt er da stehen und dann wird er ausgeblendet. Und mit dieser Möglichkeit habt ihr jetzt eben eine Erweiterung für die Titel. Ihr könnt die an beliebige Stelle quasi montieren in dem Programm und dann entsprechend auch da animieren in Keynote und hier einfügen. Damit lassen sich jetzt noch individuellere Titel machen als die, die wir hier mitgeliefert haben und die leider sehr starr an bestimmten Stellen einfach nur stehen. Ich meine, das tut unser Titel jetzt auch, wenn wir den wieder irgendwo anders haben wollen, müssen wir ihn in Keynote wieder bearbeiten. Aber ich finde, das ist ein guter Workaround, zumal wir dann bei Keynote auch noch diese Animationsmöglichkeiten haben und noch viel schönere Sachen machen können. Und dadurch, dass iMovie eben die Transparenzen beherrscht, ist vom Hintergrund ja hier nichts mehr zu sehen und es klappt wunderbar. und ist ein schöner Tipp. Also, für alle die, die das brauchen, die freuen sich jetzt wahrscheinlich. Das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Daumen nach oben klicken, dann bekommen andere auch dieses Video zu sehen. Ihr könnt den YouTube-Kanal abonnieren und wie immer das Glöckchen anklicken, um kein Video zu verpassen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.